Musik 1967 kämpfte Oliver Stone in Vietnam. Zweimal verwundet, wurde er damals für seinen Mut mit der Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet. Zehn Jahre später hatte er als Drehbuchautor in Hollywood bereits einen Oscar gewonnen. Jetzt hat dieser erfolgreiche Autor eine andere Geschichte zu erzählen. In einem Film, der auf seinen eigenen Erlebnissen basiert. Denn trotz all seiner Erfolge danach, die Zeit in Vietnam hat er nicht vergessen. Musik 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 Das erste Opfer des Krieges ist die Unschuld. Platoon, der Film, der zeigt, wie es wirklich war. Musik 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 Musik